bring es nicht weit weg ich höre schritte noch ich guck mal wo ich was sehen kann übrigens der dings gell da drüben haben beide die schilder auf woher die sind da drüben ich werde beschossen und wir sind aber schon im vorteil ein kehrpaket ich liebe diese dinge scharfschutz munition hat keiner mehr gehabt doch der hat noch welche ich höre sie schon mal stücke weiter oben was drin dabei dem haus schauen wir schnell dass man da den hügel laufen dann sind wir nämlich mir in der position und es gibt immer noch irgendwo ein gegner das darf man nicht vergessen das war ein kräber schuss den ich gerade gehört habe nicht ruhig stehen bleiben das hat sich gerade okay dass hätte irgendwo einer mit einem kräber um ballert ja 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 das ist ein kräber schuss gegner gesichtet wo gehen wir hin wir sollten folge mir folge mir folge mir aber dann sehen wir weg vom ring ja aber wir können da wieder rein wir gehen bloß von der anderen seite nicht bringen desto weniger die von zehn desto besser aber du weißt ja wie das laufen kommen wir gehen jetzt ganz weit aus okay die feiten die feiten das ist gut dann greifen doch okay jetzt wird spannend jetzt bin ich mal gespannt die sind auf der anderen seite vor der luftangriff an achtung da kommt ein luftangriff die haben wir jetzt kann man sich nicht die hat der 200 dann wäre es so glämmt wenn man mir eine singularität sehen mit der sportke ich halte mich rückbleiben, fullbleiben, fuck! der ist bei mir um, scheiße, darf ich mir umballern du feinst nicht, komm mir auf hin oh nein scheiße komm der hat nix mehr, sauter ja, ja, geil